Jetzt kommen jetzt mal Gegner, was machbar sind, gell? Ja, das ist ja egal. Ah, wir müssen auf jeden Fall die Season zu Ende spielen. Baut die Diffuser liegt auch Zeit, hast du noch eine Cam irgendwo? Achso. Nein, wir spielen nicht so viel. Ich hab eine Fireplace-Cam. Library-Service, das war's. Schon. Kali ist letzte. Secessional. Ich hab Ella. Ist gepinkt. Der Kessel hat 20kp. Der Kessel. Der Kessel. Der Kessel. Der Kessel. Der war down. Okay, auf den los. Die sind zu dritt bei B, sind Vakery verletzt. Können wir breachen? Rechte Seite. Oh, wird die Ladung weg. Er macht beide. Jäger leider. Ja, hinten der Elevator. Drei bei B und einer Elevator. Die Vakery verletzt immer noch. Jetzt wird sie ausbogen. Also Cast und Vakery. Drei, vier Leute bei B. Drei, vier Leute bei B. An bei B. Einer noch Banane. Einer noch Banane. Einer noch Banane. Einer ist Banane. Einer Launch. Einer Launch. Und der andere ist an den Double-Windows. Nein. Das war Doc. Einer Bananen. Einer Launch. Und der andere kommt jetzt zum Hausmeister. Letzter ist Launch. Launch. Double-Window. Ah, Balkon, Frau Shisha. Ist drinne, ist drinne, ist drinne. Keine Chance. Raus. Keine Chance. Der Banner ist tot. Checking ist im Penthouse. Ich hab Aqua verlassen. Hallway, Hallway, Hallway. VIP Hallway. Halt. 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 Aquarium. Halt. Außerhalb der Tür. Von Aquarium. Auf der linken Seite. AIM zum Breach. Geht zurück. Versuch das jetzt an. Jackal kommt ans Breach ins Aquarium. Hat die Cam. Da ist unbreached. 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 Verletzt. JUL! Reef, der ist nur unter dir. Pult ist tot. Mach mal bitte die Dropper auf Reef. Was soll ich aufmachen? Die Dropper. Ja. Open Area. Irgendwie haben die Bandit. Stehnt den auch noch Reef? Den Stock. Wir haben Elevator Cam. Kapkan ist on spot. Der ist low. Open Area sehe ich nicht. Kapkan ist an der Wand. Wurde aufgemacht, das Reef unten. Wir gehen jetzt auf Plant. Versuchen wir's noch. Haben wir Bluestarser Cam? Aber Mainster steht eine. Natürlich. Einer ist Office. Achtung oben. Ich bin drin in Archives. Ich sag's euch noch. Archive selber ist clear. Open Area ist einer drin. Ich hab kein Schiff direkt vor mir. Kommt jetzt Küche, Küche. Kommt Richtung Skylight. Habe ich. Einer kommt. Skylight oben. Skylight oben. Skylight oben. Der Dock. Rechte Seite oder was? Etik ist clear. An dem Fenster was gepinkt ist. Ja okay. Den hab ich. Ich hab die Cam schuldet. Versammlungshalle. Immer noch Ping. Ja immer noch Ping. Party Cam. Immer noch Meeting. Linke Tür. Wo Versammlung? Linke Tür war der. Da wo der Drohnen stand. Wer denn? Na ist auf der anderen Seite. Der ist hochgepusht. Der ist hochgepusht. Legion hab ich. Andi links von dir. Einer ist Richtung Big Tower. Ja ich höre den. Bei mir ist Klaus. Jäger. Das war der Mute. van der anderen Seite. Reloading. robben. Wer wird geboten? An den. Elmo. Tür. Tür. Besten dank. Main Hall. Das werdet rein. Es gibt schon zwei Leute, ich schaue schon Sehr schön, sehr schön handelt Oh, hast du ihn gleich gesehen? Ja, aber ich hab mal einen Test nach links zu Ich halte die Cam und die Und der eine ins Visier hat 20 Reimers bei Brunnen Es ist ein Schaltkorn oder Camps? Einer läuft über 90s jetzt CC kommt einer CC ist Jäger Schön Die haben den Kitchen Hedge nicht verstärkt. Ich mach den Kitchen Hedge auf Ella ist tot Oben ist alles clear Doch ist tot Doc ist tot Ich droppe jetzt Ich bin drin Ist auch tot